18 Ine hat mit Freunden in ihren 18. Geburtstag hineingefeiert und macht sich selbst nach dem verabschieden der Partygäste ein erotisches Geschenk. Sie lässt ihren intimsten Fetischtraum wahr werden und kackt sich vor dem Spiegel stehend einen großen Haufen in die zuvor eingepinkelte Jeans. Diese und noch viele lustvolle Geschichten